Hallo ihr beide Freunde und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Together Adventure Maps Pfeiffer Nutzung zu Excess Oder Success Success, genau Ja Wir sind an dieser wunderbaren Stelle hier Mit einer Leiter Ja, da wo wir schon am Ende kläglich versagt haben Ja Zero So, und ich würde sagen, wir können auch direkt wieder loslegen Was habe ich denn jetzt hier alles? Achso Ja Oh Gott, ich will nicht Es geht schon gut los, tot Ach, eins muss ich noch machen System, ich muss noch die Sounds of my headset verlegen Ich weiß nicht, ob du das noch machen kannst, wenn du Minecraft schon gestartet hast Ich glaube, das liegt ja nicht mehr um dann Es fängt echt gut an Merke ich auch gerade, oder? Ja, doch, scheiße Aber man hört es nicht, glaube ich Also es ist egal Nein 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 Oh, Mann Ich habe nämlich mal Hi Hi Dieselbe Map hat ja auch Pete's mitgemacht Kann ich aber kurz sagen Jetzt falle ich hier direkt wieder am Anfang runter Und ich habe dann mal geguckt, wie die das machen Die gucken quasi genau hier zu der Ecke Ups, sorry Das wollte ich jetzt ohne Spaß nicht Ohne Spaß Ist wirklich, das wollte ich echt gar nicht Ich habe mir gerade hier auf die Ecke gezeigt Okay Das wollte ich jetzt ohne Witz nicht Okay, ist okay, ist in Ordnung Ich mache schon Spaß Dann steht der mich hier hinten an der Ecke Guckt auf die Ecke Springt Und dann muss man ganz schnell Ja So es nicht machen Okay Man muss das hier fahre Ja, genau so An die Ecke? An die Ecke von dem Block, wo ich draufhiebe Oder an die Ecke von dem Block, wo ich hinspringe? Gegenüber quasi der Block Also, nee, gegenüber quasi der Ecke So, okay Da musst du hingucken und dann quasi Genau, ja Leck mich doch Aber gut Gut, wir haben ja schon mal einen Anhaltspunkt Und man soll kein Shift drücken Das habe ich auch nicht gemacht, als ich die paar Mal durchgekommen bin Man soll kein Shift drücken Das war dann nur an der Seite runter Ja Nein Ach, ich war dran Ich war dran Kein Shift drücken Aber ich glaube, jetzt habe ich es Oh Gott Ich glaube, jetzt habe ich es raus Ja So, nochmal Nein Ich habe es sonst Die Sitzposition wechseln Bei mir Ah, nee Jetzt bin ich zu wenig gesprungen Jetzt bin ich gar nicht gesprungen Jetzt bin ich gerade voll an der Ecke abgedriftet Och, Mann Oh, du hast es geschafft Nee, gar nicht Nein Das hat mir gerade sofort zögert Nein Ich habe dich gehört An der Leiter Achso, wir haben uns vorgenommen Kann man auch schon mal sagen Wir haben Also wir wollen jetzt in einer halben Stunde lang Wenn wir das in einer halben Stunde nicht schaffen Dann wollen wir was anderes aufnehmen Nein Aufnehmen Ja Ähm, ich habe die Uhr laufen Wir sind bereits drei Minuten dran Ja, ich brauche drei Minuten 21 bei mir Oh Ja, wir sind mal ziemlich ähnlich Ja 26 Oh Gott Zwei Sekunden Unterschied Boah Drecksleiter Nein, nein, nein Du Drecksack Du Drecksack Ich war dran Der erste Sprung, ey Der erste Sprung ist so scheiße Ich freue mich schon auf den da hinten Stopp Da haben wir uns eben angeguckt Ich freue mich da hinten schon drauf Ja Damit das wir einmal geschafft haben, ne Dann da oben noch die Ecke Dreiersprung Da gibt es doch so einen Eckleitersprung Der ist auch kacke Eckleitersprung, sowas wie hier, oder wie? Nee, äh Oder meinst du, es ist da oben an der Wand? Ja, ja, da oben an der Wand Ja, den kenne ich Den kenne ich Den hatte ich zweimal geschafft, einmal nicht Und bei dem einmal, wo ich es nicht geschafft habe Da habe ich mich am meisten aufgeregt Danach Das hat gerade so gut geklappt, ey Beim zweiten Mal bin ich hier schon draufgekommen Guck, ich versuche es noch Der ist ja nicht gerannt Nein, untergefallen Aua So, nochmal, Ecke Gucken Jetzt hat es geklappt Ernsthaft? Oh Gott Nein Oh Gott, das sind zwei Blöcke gesprungen So, wacht ihr nochmal Ecke Und Oh, der war knapp Da habe ich ein bisschen zu weit weg Klappt aber echt von denen? Den Tipp, den ich da wieder Oh, geholt habe Er hat mal unter Klick, 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 klick Ja Ich bin Du hast es fast geschafft Ich habe es gesehen Im Wunderfall Oh Gott Ich habe jetzt schon Das ist doch nicht normal Scheiße Äh Danke Keine Ahnung, da hatte ich gerade irgendwie Lust drauf Oh, das muss gerade wieder meine Stimmung aufmuntern Ich bin zu weit gesprungen Oh, weißt du, was richtig hart assi wäre? Dich da oben unter zu kicken Wie du das einmal wieder gemacht hast Als wir mich aufgenommen haben Und das Davor, bevor der Aufnahme Das Ersten Ja, weißt du das noch? Da oben, wo ich da oben drauf gewesen war? Ja, da warst du drauf Da habe ich hier erstmal schön Das ist richtig schön Das erste Mal war ich da drauf Und du hast mich einfach da runtergeschlagen Das weiß ich nur ganz genau Verdammt Ich wollte es gerade nachmachen Ich war aber zu blöd zum Springen Dieser Ecksprung ist kacke hier Ah, ich habe ihn geschafft Nein Boy So weit war jetzt doch keiner bei uns Gerade Mann, ich habe wieder Stift gedrückt Ich bin doch doof Sonst hätte ich es geschafft Also ich habe es jetzt bis heute schon Dreimal geschafft, ey Wahnsinn Ich freue mich, von was da alles oben kommt noch Ja Boah, Gott Das wird bestimmt echt geil Was da oben alles kommt Weil das soll wohl eine super Jump-Map sein Mit allen möglichen Sachen Die es bei Minecraft gibt, ey Beim Springen Mit Doppelsprung Und Dreifachsprung Und Leitern Kacke Ja, Leiterkacke merken wir hier schon Boah, Marcel Nein Guck mal, wo ich bin Ja, ich weiß Nein Du schaffst das jetzt nicht Nein Das darf nicht wahr sein Dieser Scheiß-Block, ey Ich habe es auch Übrigens, wo ich im Game-Mod war Habe ich es auch erst Ich glaube beim Ach, ich habe wieder Shift gedrückt Ich jodle, ey Ich glaube, ich habe es auch Erst beim vierten Mal geschafft Oder so Beim Game-Mod Der ist auch richtig kacke Der Sprung Ich glaube, es ist auch einer Der weitesten Sprünge Die man Die man bei Minecraft machen kann So Oh, jetzt bin ich Oh Gott Hast du es überhaupt schon einmal geschafft Die Leiter jetzt? Jetzt hier in den Aufnahmen Die wir gemacht haben, nicht Alleine hatte ich die Keine Ahnung Drei, vier Mal geschafft Nein Oh Gott Ich schaff's doch Dann scheinbar du auch einmal Da oben von dem Block Wo du eben auch gescheitert bist Und dann habe ich mich Richtig aufgeregt Boah, das Ist doch scheiße Du hast bald 400 Tore, ey Ja, ich werde das feiern, glaube ich Ich glaube, ich mache da ein Special drüber Ich habe es wirklich Den Leiter geschafft Was machst du denn? Das ist doch nicht normal Jetzt bin ich nicht gesprungen Nein Ich habe doch Frauenkinder Glaube ich dir nicht Ah, habe ich auch nicht Oh Gott, Alter Boah, ich fall dir Was? Das hast du nicht einmal geschafft Gerade in der Aufnahme, ne? Nee Nee Ach, Mann Jetzt bin ich wieder so Im letzten Balken abgerutscht Ich war dran Ich habe noch nicht mal Den ersten Sprung geschafft Boah Nein, nein Ich war dran Ich war doch dran Ich habe es genau gehört Jetzt habe ich richtig dick Neumit runtergezogen Festkrallen wäre auch lustig Wenn das in Minecraft gehen würde Und dann enthaken wir auch cool, oder? Ja Das könnte man echt mal einbauen Minecraft in der Ente haken Gibt es bestimmt eine Mod für Ja, springen brauche ich nicht Das kann sein und ich bin wieder Das schaffe ich auch so Sieht man Ich schaffe das so Springen ist überbewertet Vor allem in der Jump Map Nein, brauche ich nicht Und vor allem Guck mal, gegenüber Da ist ja so eine Wand mit Leitern, ne? Ja, ich freue mich da schon drauf Ich habe das schon gesehen Die fuck bestimmt mega ab, ey Aber ich kann mir gut vorstellen Dass das einfacher ist Als dieser beschissene Sprung da Das weiß ich noch nicht Weil da sind auch drei Richtig hässliche Ecksprünge dabei Boah, Mann Das darf doch nicht wahr sein Oh Alter, 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 Alter Boah Sechsprünge noch Leute Dann habe ich es erreicht Durch die 400 Tode Ich habe wieder die Leiter geschafft Juhu Nein, verkeh ich den Namen Oh Gott, ey Ich finde ja, diesen Discounter Sollten wir auch im normalen Let's Play einbauen Ja, super Dann steht bei mir 300 Und bei der 2 Ja, dann ist aber wenigstens mal Bei einem Discounter Mal was Los Ne, ich meine jetzt Andersrum Achso, ja, stimmt Jawohl, wieder geschafft Ich habe es jetzt raus Wäre echt toll, wenn du die Hüllenturen alleine machen würdest dann Marcel, guck mal, wo ich wieder bin Ja Ja, das ist wirklich Das darf die Mann Das bin ich echt so hektisch, ey Ja, das ist normal Oh Mann, das tut meine Hand Weil ich so fest reingeklatscht habe Das ist natürlich toll für so eine Jump Map Wo man dann wirklich Fingerspitzengefühl braucht Rechtseitiges Drücken der Tasten Erstmal wir trinken Viel Spaß Nein, nein Oh, jetzt rutscht ich nicht ab 402, ich habe es verpasst, ich Idiot Oh Gott Ich habe es verpasst Ja, wohl wieder Leiter geschafft Ich habe es jetzt raus, Junge Lass es raus Ja, dieser Ecksprung geht mir voll auf den Sack Die anderen sind easy Außer halt, ja, noch ganz zum Schluss der Kack Der vorletzte ist richtig, also Also Nein, nein, ich habe doch Ich bin doch schon hoch Ich bin doch schon hoch Ich bin doch schon hoch Was war das? Gut, dass man das überhört hat Was denn? Ach, ach, nix Ich will es auch, glaube ich, nicht wissen Doch, ich war gerade eben auch schon oben Ich bin doch langsam gewesen Du bist langsam? Ja, ich bin langsam Allgemein auch Gehirntechnisch Lauftechnisch Denktechnisch Alles mögliche Langsam Ja, weiß ich auch noch von der Schule Ja, ja Ist normal Ist normal Der MC Roller Piatsch MC Roller in the house Ja Ich weiß auch, wenn wir die Tafel gekritzelt haben MC Roller for the win Alter Oder wo wir Minecraft gespielt haben Mitten bei der im Unterricht Ja, das war lustig Das war echt lustig Und dann später Fragt die da Plötzlich Zwei Stunden später Als wir Facebook gemostet haben Zwei Stunden später Zwei Schulstunden später Als sie das dann hatten War auch Tage später, glaube ich, gewesen Wir hatten Also ich hatte in Englisch Präsentation vorbereitet Halt mal ganz kurz die Klappe Geschafft Nein Nein Ja, 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 ja Oh, Glück gehabt Ich hab den einen fetten Sprung geschafft Und den anderen verkacken Das darf doch nicht wahr sein Aber ich bin dazu hängt nicht Das Glück gehabt, ey Das darf nicht wahr sein Ich hab den fetten Sprung geschafft Und diesen Zweier-Block-Sprung Den krieg ich nicht hin Das darf doch nicht wahr sein, ey Boah, ist das kacke Boah, Alter, boah, das Das geht bestimmt die ganze halbe Stunde auf den Sack Wohl nicht mal halbe Stunde, ey Das ist hier 17 Minuten Das darf nicht wahr sein, ey Dafür ist die Aufnahme für mich jetzt Geschichte Nein Och, komm Ey, du musst dich doch mal festkrallen Das ist beschissen in Leiter Da kannst du mit den Fingern einhaken Hast du immer noch nicht geschafft? Alles mögliche Nein Das hab ich grad nicht gesehen Ich hab auch nichts gesehen Boah, Gott Ich lache nicht Ich lache einfach mal weiterspringen Ja Och Super Och Gott Das war auch noch gut Das ist schön Ach, das Ich war doch schon wieder oben Ja, ich bin jetzt auch rückwärts runtergelaufen gerade Ach Boah Nein Nein Ich spring's hinterher So, Nummer 1 und Nummer 2 Das darf nicht wahr sein Ach, Mann Ich vergab beim letzten Sprung und da verkack ich den Darf nicht wahr sein Boah, da komm ich mir euch drauf klar Jetzt komm Boah, beim nächsten Sprung konzentriere ich mich jetzt richtig Das ist nicht wahr Ist doch voll zum Upcode, ne Jetzt, ne Ich war doch schon wieder dran Ich verstehe nicht Ich glaub, mein Rutsch ist dann hinten an der Seite runter Hab ich so das Gefühl Boah Och Gott Der war richtig scheiße Ich war dran Ich Hast du gerade gesehen Boah Ich bin dann rechts runter dieses Mal Weil ich ja rechts gedrückt hab, um das auszugleichen Och, leck mich doch am Arsch Ich weiß auch, wo ich das von Peacebeat geguckt habe War auch einer, der das auch nie geschafft hat Der andere hat's beim zweiten Mal oder so geschafft Und einer, der Ja, ja Ja, 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 ja Ich weiß, was richtig hart assi wär Das, was du damals gemacht hast bei mir Ja, aber mach ich nicht Ich bin nett Och, ach, ach Ich glaub mir auch mal was, aber weil du sowieso jetzt runterfällst Ist das sowieso egal Genau, jetzt gleich Ja, der Sprung Nein 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 Mit Ansage Ja Das war der danach Das darf nicht wahr sein Ich hab glaub ich ja den Leiternsprung geschafft War wieder bei der ersten Leitern Ja, ja, ich war dran Das, das zählt nicht Das zählt nicht Das zählt nicht Der Tod schillt dich über Gott dran Oh Mann